Es gibt einige Bücher, die ich erwähnen möchte. Der Herr hat gesprochen, lass es Licht, als es werde Licht. Dieses Buch hier ist called Krankenheilung. Sehr gutes Buch über Heilung. Ich lege es euch wärmstens ans Heilung. Es ist eines meiner Lieblingsbücher. Wir haben viele hinten im Laden. Es geht sozusagen wie das ABC in Bezug auf das Thema Heilung. Dann haben wir ein weiteres. Und das andere ist genannt Handbuch für Heilung. Und dieses Buch, das lehrt dich, wie du für Kranke beten kannst. Alle diese beiden Bücher, die sind vollgepackt mit Schriftstellen. Wir haben noch weitere Bücher, auch im hinteren Teil. Wir haben auch Zeugnisbücher. Das ist ein Buch, das wir im Hintergrund haben, von Dodi Osteen. Also in den 70er Jahren war ich in der Gemeinde von Joel Osteen. John Osteen. Das ist der Vater von Joel Osteen. Und mein Leben wurde dort wirklich verändert. Vollkommen verändert. Als ich ein Jugendlicher war. Ungefähr 2000 Leute in der Versammlung. Heute sind es über 60.000. Und es befindet sich in der Bundesstaat Texas. Und Dodi wurde sozusagen angegriffen durch den unheilbaren Krebs. Und die Doktoren haben ihr sechs Wochen gegeben, noch zu leben. Und keine Chance. Sie ist heute noch am Leben. Ja, sie steht auf dem Wort Gottes und bezeugt dadurch ihre Heilung. Dann haben wir auch weitere Bücher in Englisch im Laden. Raphael is holding one up. This one is by Trudy Hankins. Ja, eines, das hält der Pastor Raphael hoch. Das ist by Trudy Hankins. Und sie hatte einen Gehirntumor. In einem schwierigen Zustand. Ja, und in dem Buch lehrt sie, wie sie im Glauben gestanden ist. Und auch sie ist geheilt heute. Sie hat ein Schild an der Tür ihres Krankenzimmers anbringen lassen, auf dem steht, kein Eintritt für Leute, die keinen Glauben haben. Also kein Zugriff für Unglauben. Wenn du nicht den Glauben hast, für mich, dass ich geheilt werde, oder den Glauben hast, dass ich geheilt werde, so hast du keinen Zutritt zu meinem Zimmer. Und wisst ihr was? Sie ist geheilt. Halleluja. Halleluja. Ja, es ist auch eine CD in diesem Buch dabei. Und auch auf unserer Webseite haben wir viele unserer eigenen Lehren. Ja, wir haben eine Internetseite, eine Webseite, die vollgepackt ist von guter Lehre. Es ist alles frei, kostenlos zum Download verfügbar. Ja, und es gibt keine Entschuldigung für die Gemeinde, sodass sie nicht richtig und gut gelehrt ist. Amen. Dann haben wir auch Hörbücher von E.W. Kenyon, auch im Thema Heilung. Wir haben viel auch im Laden. Amen. Seid ihr bereit für das Wort heute? Danke, Jesus. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren, für diesen erstaunlichen Tag, den du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns heute anleitet und führt. Und Heiliger Geist, du möchtest heute kraftvolle Dinge erwirken. Du bestätigst das Wort des Vaters mit Zeichen und Wundern. Jesus, du bist derjenige, der den Preis dafür bezahlt hat, dass wir ein neues Leben haben können. Vater, du hast einen großen Plan für uns. Und du hast einen Weg bereitet durch deinen Sohn Jesus, dass wir Teil deiner Familie werden können und unsere Bestimmung erfüllen können, die du für unser Leben hast. Und jetzt, we pray, beten wir, dass du das sagst und das wirkst und tust, was du tun möchtest hier vor Ort. In dem mächtigen Namen von Jesus. Amen. Ihr könnt eure Bibel heute öffnen im Matthäus 18. Kapitel. Matthäus 18. Und wie wir heute das Lied gesungen haben in Bezug auf die Auferstehung, ich habe dabei über die Kraft Gottes nachgedacht. Nicht alleine haben wir das Wort Gottes, sondern wir haben auch die Kraft Gottes. Und der Heilige Geist ist seine Kraft. Und die Bibel sagt uns, der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und Jesus hat uns gezeigt, wie er die Kraft hat über den Tod. Denk mal in das Alte Testament zurück. Mit diesen Knochen des Elia. Und sie haben eine Leiche auf die Knochen von Elia geworfen. Und die Kraft Gottes war so stark, dass wenn sie das Knochen auf die Knochen des Elia geworfen haben, ist dieser Leib auferstanden. Wow, das ist kraftvoll. Und dann denke ich über Jesus nach. Und wie Jesus Menschen von den Toten auferweckt hat. Einer davon war Lazarus. Den er von den Toten auferweckt hat. Jesus starb auch. Jesus stand auch wieder auf. Am Montag sind wir in diesem Film gegangen mit dem Titel Auferstanden, in Englisch Risen. Ja, und ich war wirklich begeistert darüber, wie sie die Auferstehung Jesu in diesem Film dargestellt haben. Sie haben ihr allerbestes gegeben. Also sie haben uns praktisch Sehhilfe gegeben, in der Art und Weise, wie kraftvoll die Auferstehung Jesu war. Also das Grab war versiegelt. Es war kein Weg, wo ein Mensch hineindringen konnte in das Grab. Aber als Jesus auferstand, ja, dann hat sozusagen ja, den Stein, den Stein von der Gruft hinweggeschleudert. Ja, es hat sozusagen das Siegel weggesprengt. Und das Wort sagt uns, dass so viel Kraft in seiner Auferstehung war, sodass es andere Menschen gab, dass es auch so Menschen gab, die auch von den Toten auferstanden sind. Viele sind auferstanden und sind an diesem Auferstehungstag auch in der Stadt Jerusalem den Menschen erschienen. Das ist eine kraftvolle Sache. Und Jesus wird eines Tages zurückkommen. Und wenn er zurückkommt, he's gonna speak the same command that he spoke to Lazarus. Und dann wird er auch den gleichen Befehl aussprechen, wie er ihn zu Lazarus gesprochen hat. Und Jesus hat mit lauter Stimme gerufen, Lazarus, komme heraus. Und wenn Jesus zurückkommt, um die Gemeinde zu holen, dann wird er sprechen. Kinder Gottes kommt hervor. Und da wird so viel Kraft in diesen Auferstehungsworten sein. Die Bibel sagt uns, die Gräber werden aufgetan. Halleluja. Und euer Leib, der Leib wird verherrlicht werden. Wird total verändert werden. Und hier ist nun die Sache. Wir haben eine Vorausschau der kommenden Ereignisse, sozusagen. Versteht ihr das? Wenn ihr in einen Film geht, was tun sie in einem Kino, bevor ihr diesen Hauptfilm anschaut? Sie bringen eine Vorschau von den verschiedenen anderen Filmen. Aber sie geben dir nicht die ganze Geschichte. Sie geben dir genug davon, damit du sozusagen wieder zurückkommst. Wisst ihr, was Heilung ist? It's a preview. Heilung ist eine Vorausschau. Ja, die Heilung ist eine Vorausschau von kommenden Ereignissen. Denn die Bibel sagt uns, der Geist von dem, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in dir wohnt, derjenige, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch dich lebendig machen. Es wird dich lebendig machen. Es wird dich lebendig machen. Es wird deinen fleischlichen, deinen ehrischen Leib lebendig machen. So, wenn Gott in dich hineinkommt und seine Kraft aus deinem Inneren freigesetzt wird, dann sterben die Viren. Ja, die Tumore, sie verschwinden. Blinde Augen werden geöffnet. Ja, und Bakterien nehmen die Füße in die Hand und laufen weg. Ja, und alles, was nicht von Gott ist, an Krankheit ist, kommt und verschwindet aus deinem Leib. Ja, ich sage euch, wir als Gemeinde, wir sollen die gesündeste Gruppe auf der ganzen Welt sein. Und das ist dein Potenzial. Jubel mal, Halleluja! Ja, und John G. Lake hat diese Art Offenbarung bekommen. Ja, und er war während dieser Zeit, während der Ebola-Virus ausgebrochen ist in Afrika. Der gleiche Virus, über den sie auch heute in der Welt sprechen. Ja, der gleiche Teufel. Ja, der Teufel bringt keine neuen Ideen hervor, er tut immer wieder das Gleiche. Aber wir haben Jesus, der immer noch gleich wirkt wie vormals. Er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und John G. Lake ist in diesen Ort gegangen. Und alle, viele Menschen starben. Und sie haben festgestellt, er starb nicht. Warum starb er nicht? Denn er bekam die Offenbarung darüber, wer er ist in Christus. Ja, und er hat die Offenbarung bekommen, dass er ein Sohn Gottes ist. Und so wie Jesus ist, so bin auch ich in dieser Welt. Ich habe den gleichen Geist in mir, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich habe dieses Quellwasser in mir, von dem ich ziehen kann. Ich habe Flüsse in mir, die herausfliehen. Halleluja! Und was geschah? Er hat sie aufgefordert, diesen Virus auf seine Hand zu legen und über ein Mikroskop diesen Virus zu beobachten. Und sie haben es gemacht. Und jeder Virus starb ab. Das ist dein Potenzial. Das ist dein Potenzial. Und nicht alleine fließt die Kraft Gottes in deinem Leben, und ihr könnt so sein, wie Petrus es war, und die Jünger der Urgemeinde, und es heißt dort, sie haben die Straßen Jerusalems mit all den Kranken gefüllt und haben sie in die Straßen gelegt. Und sie waren so voll von Gott, dass das herausgeflossen ist aus ihnen, und wenn die Leute nahe, oder wenn Petrus mit seiner Person, mit seinem Schatten nahe an diese Personen kam, er ging nur dort vorbei und die Symptome der Krankheit sind gewichen. Er ging einfach vorbei und die Tumore waren verschwunden. Er ging nur vorbei und die Verkrüppelten liefen. Halleluja! Und er ging vorbei und die Viren, die waren verschwunden. Er ging vorbei. Und er ging hindurch, auch durch die Straßen und die Heilungen, die kamen zustande wie Popcorn. Sie brachen hier und dort und hier und dort aus. Stell dir das mal in der modernen Zeit vor. Du sitzt in deinem BMW, du bist voll von Gott, und du fährst die Straßen viert hinunter. und sie bringen all die Kranken heraus auf die Straße. Und du fährst die Straße hinunter und jeder wird geheilt, während du die Straße hinunter fährst. Wir müssen groß denken. Das ist das, was uns das Wort sagt. Ja, ihr sollt groß denken über das Maß hinaus, was ihr bitten oder euch vorstellen könnt. Gemäß der Kraft, die in euch wirkt. Die in euch wirkt. In dir. Halleluja. 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 Matthäus 18. Seid ihr bereit? Das Flugzeug beginnt abzuheben. Matthäus 18. Ich möchte euch bitten, mit mir im Vers 21 beginnen zu lesen. Ihr seid erschaffen, so dass Gott in euch leben kann, eine Person durch den Geist geleitet, die eine Seele hat, und du wohnst und lebst in einem Körper. Ihr seid dreiteilig oder dreieinig, sozusagen. Ihr könnt sagen, dass euer Geist wie das Kraftwerk ist. Ja, euer Geist ist wie das Kraftwerk. Versteht ihr das? Euer Geist ist das, wo Gott durch seinen Heiligen Geist in euch wohnt. Heute. Ja, dieses Gebäude manifestiert Kraft. Wie macht es das? Wir haben Lautstärke, Akustik, und wir haben Lichter. und wir haben auch eine Heizung. Preis den Herrn, die Tage der Kälte sind vorbei. Wo kommt diese Energie, diese Kraft her? Ich weiß es nicht wirklich. Ich weiß, dass es zwei Orte gibt, wo diese Kraftwerke oder diese Energiewerke stehen. Aber ich bin da überzeugend, dass diese Kraftwerke auch mit anderen Orten verbunden sind. Ja, und ich bin da überzeugend, dass es in Deutschland ein großes Kraftwerk gibt, wo wir mit unseren Augen sehen können, wie sich diese Kraft dort manifestiert. Und so verhält es sich mit deinem Geist. Du hast deinen Geist nicht gesehen. Und du hast den Heiligen Geist auch in deinem Geist nicht gesehen. Er ist kein Vogel. Versteht ihr das? Wenn es heißt, als er auf Jesus kam, so heißt es, er manifestierte sich in Form einer Taube. Aber er ist eine Person. Und er ist wahrhaftig, also er ist echt. Und für jeden neugeborenen Gläubigen wohnt er in ihnen. Halleluja. Ich sehe ihn nicht. Aber wisst ihr was? Aber ich sehe die Ergebnisse. Ja, und ich kann die Ergebnisse dessen sehen, dass er in mir lebt und in mir wohnt und auch in mir wirkt. So, du bist dieses Kraftwerk, das umherläuft, sozusagen. Ja, und du hast sozusagen zwei Überbrückungskabel. Das sind deine Überbrückungskabel. Versteht ihr das? Ja, und ihr habt auch Akustik, also Sound. Halleluja. Halleluja. Honk. 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 You got lights. Ihr habt Lichter. You got a roof. Ihr habt auch ein Dach. I have a convertible. Also ich habe sozusagen Cabriolet. We got some other people with convertibles too. Halleluja. Ja, wir haben auch andere, die haben auch sozusagen ein Cabrio. Halleluja. We're hot cars. Amen. Ja, wir sind, ja, Dachlose Autos. Aber Gott wohnt in uns. Versteht ihr das? In spirit. In der Form des Geistes. Und was in dir ist, fließt durch deine Seele hindurch und hinaus aus deinem Leib. Jesus hat gesagt, was der Vater sagt, ich sage, und was ich den Vater tun, ich mache. Und Jesus hat gesagt, ich rede das, was ich den Vater reden höre, und ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Und woher kommt das? Von innen heraus. You understand? That's the way that we were created to function. Und das ist die Art und Weise, wie wir erschaffen wurden, um zu wirken. Your soul is like the pipe. Die Seele ist wie ein Kanal, wie ein Wasserrohr. You understand? Versteht ihr das? So, ihr werdet von Neuden geboren. You got God living in you, you got fresh water in you. Ja, ihr habt frisches Wasser in euch. But then you got this soul. Und dann habt ihr die Seele. And this soul, the other day, my wife and I, we completely pulled all the drain out from underneath our sink. Ja, meine Frau und ich haben vor wenigen Tagen so mal das Rohr, das Rohrsystem unter unserem Spülbecken gereinigt und haben es auseinander gebaut. Ich glaube, es war ungefähr zwei Uhr morgens. Und ich habe all das Rohrsystem und auch sozusagen die Verbindungsschläuche von der Spülmaschine und alles habe ich abgeschraubt und auseinandergelegt. Es war wirklich nicht angenehm. Es war richtig schwarz innen drin. Und ich habe das alles innen sauber gemacht. Ja, alles war schön, sauber und rein. Und je sauberer so eine Rohrleitung ist, desto besser kann das Wasser fließen. Das ist deine Seele. Je reiner deine Seele ist, desto besser kann das Wasser Gottes, also das Wasser des Geistes Gottes fließen. Verstehst du das? Verstehst du das? Und das ist das, was das Wort Gottes tut. Du bist eine vollkommene neue Schöpfung im Geist und rein in deinem Geist. Ja, also wenn es uns möglich wäre, dein Inneres nach außen zu wenden heute. Und du bist schön außen, natürlich. Sag zu deinem Nachbarn, du bist schön. Du bist schön. Aber weißt du was? Aber innen drin bist du herrlich. Und du bist innen drin tausendmal schöner als äußerlich. Und das ist das christliche Leben. Wo der innere Mensch nach außen wächst. Oder sich nach außen ausbringt. Mehr von dem Wasser, das in uns ist, das mehr und mehr herausfließt aus uns. Und so was tut Gott nun? Er kommt uns über den Weg und hat sozusagen diese Reinigungsbürste. Das ist was ich gemacht habe. Ich hatte diese Reinigungsbürste. Ich hatte die Reinigungsbürste. Um das Rohrsystem zu reinigen. Und er hat so auch noch die kleinen Flecken und dann nimmt er seine Zahnbürste. Und wenn er damit fertig ist, und dann nimmt er sozusagen noch eine Chlorlösung oder was auch immer und just kills everything. Ja, um all diese Dinge, die noch vorhanden sind, abzutöten. Und du weißt, manchmal, wenn wir durch das scrubben gehen, und wenn wir durch diese Bürstenreinigung hindurch gehen, das fühlt sich nicht gut an, das schmerzt auch, es tut weh. Ja, und wenn er noch die Zahnbürste nimmt, diese kleinen Flecken, sozusagen noch, die man fast nicht sehen kann, reinigt dann. Ja, und Gott möchte euch zu 100% in eurer Seele reinigen, sodass dieses Wasser herausfließen kann. Und ich glaube, dass das ein großer Schlüssel war im Leben von John G. Lake. Eine, eine, einige der Dinge, die die Seele blockieren können, ist Unvergebung. Und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Ja, denn Unvergebung kann auch eine Ursache dafür sein, dass Menschen nicht geheilt werden. Ja, Unvergebung ist wie Krebs in der Seele. Versteht ihr das? Ja, wisst ihr, ich habe schon mit Leuten gesprochen, die noch in Erinnerung haben, was Leute vor 30 Jahren gemacht haben. Und kann mit ihnen sprechen, wie es gestern war. Ja, und sie sprechen es aus, als wäre es gestern gewesen. Ja, und du fragst sie dann, wann ist das geschehen? Ja, als ich ein Kind war. oder 30 Jahre zurück. Oder 30 Jahre zurück. Oder 20 Jahre zurück. Wie lange wollen wir in Bindung leben? Versteht ihr das? Geht mit mir bitte in Matthäus 18. Habt ihr eure Jubelschuhe an heute? Matthäus 18, beginnend von Vers 21. Und ich verspreche dir, ich verspreche dir, wenn etwas geschehen ist, es gibt wahrscheinlich jemanden hier, der durch eine schlimme Erfahrung und dann kann ich dir sagen, wo du durch ihn durchgegangen bist, gibt es noch Menschen hier, die natürlich schwerer sind. Und das ist immer die Art, wie der Teufel wirkt. Er wird genannt, der Verkläger oder der Verkläger der Brüder. Und er bringt in regelmäßiger Weise die schlechten Dinge aus deiner Vergangenheit wieder hervor. Das ist, das erste, was in der christlichen Leben passiert ist die Vergangenheit. Du bekommst einen ganz neuen Schlag. Halleluja! Ja, und sozusagen, das ist das Erste, was mit dir geschieht, wenn du von neuem geboren wirst, du bekommst sozusagen ein sauberes Tablett. Wisst ihr, es ist manchmal auch unter Christen so, dass sie durch diese Psychologie oder diese Seelsorge hindurch gehen, was Großvater, Großmutter, Großur, Großmutter, Freunde und der Junior und all die anderen hindurch gegangen sind. Wie lange willst du dich mit dem toten Menschen identifizieren? Und als du eine neue Schöpfung in Christus geworden bist, ist dein alter Mensch gestorben, tot. Und wenn du erkennst, dass du eine vollkommen neue Schöpfung in Christus geworden bist, vollkommen erneuert, erneuert, dann läufst du weg von diesen Dingen. Von all den Dingen, die dein Rohrleitungssystem verstopfen. Halleluja! Komm mal, Gemeinde! Und solange du dich mit der Vergangenheit abgibst, wird der Teufel immer diese negativen Gedanken in dir hervorbringen. Und anstelle mit einer Sieges- und Triumph-Mentalität zu laufen, bist du sozusagen in einer Opferrolle. Niemand mag mich. Niemand mag mich. Niemand mag mich. See, I told you, the next thing, nobody likes you, I told you. Ja, ich hab's dir gesagt, niemand mag mich. Irgendwas ist falsch mit mir. Out with this Dreck! Hinaus mit diesem Dreck! You're a new creation in Christ. Your identification will make a difference in the way you live. Ja, und du bist deine neue Schöpfung Christus und die Art und Weise deiner Identifikation sorgt für ein anderes Leben. Halleluja! Halleluja! Matthäus 18 Ja, und Vers 21 Da hat er Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? Der gegen mich sündigt. Bis siebenmal? Okay. Ja, ich geb dir sieben Gelegenheiten. Aber wenn wir bei acht angekommen sind, ist Schluss. Ja, diese Leute machen sich Gedanken über den Schmerz. Und die Dinge, die an ihnen geschehen sind. Ja, wo ist der Punkt erreicht, an dem wir keine Vergebung mehr aussprechen. Und Jesus schockiert sie mit einer Aussage, die aus dieser neuen Art der Liebe herauskommt. Diese neutestamentliche Agape Liebe, die dazu da ist, um die Menschen mit gebrochenen Herzen zu heilen. Die die Kraft schenkt, die sozusagen dafür sorgt, dass du in diesem Leben mit einer unverletzten Seele herumlaufen kannst. Du musst verstehen, dass du einen Feind draußen hast und der möchte dich niederschlagen. Er möchte deine Rohrleitungssysteme verstopfen. Also deine Rohrleitung verstopfen. Aber sag dem Teufel, nein, keine Chance. Wage es nicht. Amen? Amen. Ja, Petrus sagt siebenmal, Ja, ich werde Jesus mal fragen, was er zu sagen hat. Und Jesus sagt, I say not unto thee until seven times, but until seventy times seven. Jesus antwortet ihnen, sage dir, bis nicht siebenmal, sondern bis siebenmal, siebzigmal, siebenmal. Das ist sehr, sehr oft. Und dann beginnt er eine Geschichte zu erzählen. Und darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war zehntausend Talente schuldig. Ich habe mal eine Rechnung aufgestellt. Und wenn das Gold gewesen wäre, heute, das wären über 500 Millionen Dollar gewesen. Wow. Das ist eine ganze Menge. Gibt es hier jemanden, der 500 Millionen Dollar hier hat? Ja, die Gemeinde sagt ja. Sie verstehen die Botschaft über Wohlständigkeit. Ja, das ist gut. Dann seid ihr alle aufgerufen, euren Zehnten zu geben. Heute. Heute ist dieser Tag. Ja, wir gehen hinaus und wir kaufen ganz Furt auf. Aber Jesus nennt diesen Betrag in dem Wissen darüber, dass er sich bewusst macht und weiß, dass niemand diesen Betrag hat. Er nennt diesen Betrag in dem Wissen, dass sie diese Schuld nicht zurückbezahlen können. Und was geschieht? Ja, dieser King, der hält Ausschau. Er sagt, es gibt jemanden, der eine große Schuld hat, die er nicht mehr zurückzahlen kann. Hallo. Du hattest eine Schuld, die du nicht mehr zurückzahlen konntest. Weißt du, dass du an die Sünden Natur gebunden warst? Ja, und aufgrund der Bindung an diese Sünden Natur hast du Dinge getan, für die du niemals wieder Gutmachung leisten konntest. Ja, ich war ein guter Sünder. Ja, und da gibt es noch Schlimmere. keine Möglichkeit, diese Schuld zurückzuzahlen. Aber was geschieht? Aber jemand kam bei dir vorüber und hat dir eine gute Botschaft gegeben. Amen? Sie haben es dir erklärt. Hey! jemand hat deine Schuld bezahlt. Was? Und wir sagen, wir gehen hinaus und sagen, hör mal, jemand hat deine Schuld bezahlt. Ja, und viele Menschen gehen in die Kirchen am Sonntag und sie versuchen diese Schuld abzuarbeiten. Ja, ich versuche ein gutes Leben zu führen. Ja, ich helfe den Großmüttern. Ja, einmal im Jahr gebe ich den Armen. Ja, ich sage nicht viele schlechte Dinge. Ja, ich arbeite, 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 aber egal wie hart du arbeitest, du kannst die Schuld nicht zurückbezahlen. Aber jemand kommt über den Weg und sie sagen dir, hör mal, jemand hat deine Schuld beglichen. Oh, ist das wirklich so, ist das wirklich so einfach? Oh, Jesus gab sein Leben und er machte es einfach. Halleluja! Jesus gab sein Leben und er machte es einfach. Er machte es, dass alle, die frei von dieser großen Schuld Jesus hat es so erwirkt, dass jeder von dieser großen Schuld frei werden kann. Sag zu deinem Nachbarn, du hattest eine große Schuld, die du nicht mehr zurückzahlen konntest. Ja, sag zu deinem Nachbarn auch, du hattest einen Haufen Unvergebung, ja, und du konntest diese Unvergebung nicht loswerden. Deine Gerechtigkeit, deine Selbstgerechtigkeit konnte niemals gleich sein mit der Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Bist du nicht glücklich, dass er es einfach gemacht hat? Ja, der schlimmste Sünder kann zu Gott kommen und gereinigt werden. Wisst ihr, Paulus war ein christlicher Mörder. Do you know all this, even the persecution you see in the world today? Also, ja, ja, also er war, bevor er Christ geworden ist, war er ein Mörder, richtig. Okay, danke für die Korrektur. Thanks for correcting that. Ja, also, ihr habt schon richtig verstanden. Also, Paulus, bevor er sich bekehrt hat, hat er Christen verfolgt und umgebracht. Er war ein Mörder von Christen. Er war der, der die Verfolgung begonnen hat. Selbst die Verfolgung der Christen heute, die man in der Welt sieht, sie geht zurück auf diese Wurzeln. Ja, wie würdest du mit dieser Schuld umgehen? Aber nachdem Paulus sich bekehrt hat, als er Christus kennengelernt hat, dann hat er gesagt, ich habe niemandem etwas Böses getan. Wow. Wie konnte er das sagen? Denn er hatte eine Offenbarung darüber, dass jemand für seine Schuld bezahlt hat. Acht Jahre während meines Dienstes habe ich in Gefängnissen gedient. Ich habe mit Mördern gearbeitet, mit Dieben, mit Vergewaltigern, all diese Leute, die verrückte Dinge gemacht haben. Und ich vergesse es niemals, ein Mann, der zu Jesus ging, gekommen ist und er ist zu mir gekommen. Und dieser Mann, der hat wirklich ein schlimmes Verbrechen erfordert. Wenn ich mich richtig erinnere, er war in Wahrheit jemand, der einen Polizisten erschossen hat. Ja, es ist ein wirklich schlimmes Verbrechen, aber auch ein schlimmes Verbrechen, nicht allein in Amerika, sondern in der ganzen Welt. Aber er kam zu Jesus. Er kam wirklich zu Jesus. Er war von Neuem geboren. Nicht, weil ich in der Gefängnis bin und ich rausgekommen will. Er war wirklich wieder geboren. Er war wirklich wieder geboren. Er hat wirklich eine Bekehrung erlebt. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Er hat gesagt, ich bin hier im Gefängnis freier als viele Menschen draußen in der Freiheit in der Welt. Mann! Das ist das, was geschieht, wenn wir zu Jesus kommen. All diese Dinge, die wir getan haben, sind weggenommen. Wir sind vollkommen neue Schöpfungen in Christus. Er möchte, dass wir uns mit diesen Dingen identifizieren, sodass unser Rohrleitungssystem gereinigt ist. Halleluja, Herr, lass es fließen! Lass es fließen! Lass es fließen! Er möchte deine Verstopfungen auflösen! Er will diese Unvergebung hinwegnehmen, diese Schuld hinwegnehmen und will dir eine neue Natur schenken in Christus. Jubel mal! Halleluja! Halleluja! Große Schuld! Hast du es verdient, Vergebung zu empfangen? Nein, niemand hat es. Aber Gott liebt dich so sehr, dass er diese Trennung zwischen dir und ihm hinweggenommen wird. Er will dir einen kompletten neuen Anfang schenken. Er will dir ein vollkommen neues Leben schenken. Vollkommen neu! Die alte Person gestorben, vollkommen neu! Heute kannst du diesen Ort vollkommen neu verlassen! Du kannst dein neues Leben heute hier beginnen! Vollkommen neu! Du gehst zurück zu deinen Freunden und sie sagen, ich weiß, wer du bist. Du bist super, der Mann ist weg. Ja, wisst ihr, wenn du zurück zu deinen Freunden gehst, dann sagen sie dir, ja, wir kennen dich schon. Nein, du kannst ihnen sagen, es ist alles vorbei. Let's keep reading here. Ja, lasst uns weiterlesen hier. For the sake of time, I'm going to let you read all the way down to verse 35 in German. Also, ich will sozusagen noch weiterlesen bis Vers 35. Okay. Vers 25 bis 35. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich badest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Wow. Wow. Es ist interessant, weil manchmal wir Mark 11, 23 und 24 die Faith-Skripte. Halleluja. Ja, und es ist wirklich so. Manchmal predigen wir aus Mark 11, 24 oder 23 bis 26. Das ist die Glaubensbotschaft. 23 und 24. Also Mark 11, 23 und 24. But 25 talks about forgiveness. Ja, aber 25 spricht über Vergebung. Hm. Now look at this. Ja, schaut mal. So we had this big debt. So, wir haben hier diese große Schuld, diese Schulden. And this debt has been removed. Und diese Schulden wurden weggenommen. Not because you deserve to be forgiven. None of you, me included. When I point my finger like this, I got three pointing back. Ja, und nicht, nicht, nicht mir allein, sozusagen. Wenn ich auf jemand anderen zeige, so zeigen diese drei Finger auf mich zurück. Ja, und seht mal, der Günther, der hat auch drei Finger, die auf ihn zurückzeigen. Ja, und wenn der Pastor bricht, dann zeigen drei Finger auf ihn zurück. Große Schuld. Alles weg. Aber dann tut jemand etwas. Oh. Oh. You are forgiven. Dir ist Vergebung zuteil geworden. You're forgiven. Dir ist Vergebung zuteil geworden. You're a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. You got God's righteousness in you. Du hast die Gerechtigkeit Gottes in dir. God wants your soul to identify with that righteousness. Hallelujah. God möchte, dass deine Seele sich mit seiner Gerechtigkeit identifiziert. You remember when Stephen was being stoned, how could he say this Lord lay not this into their charge. Wie konnte Stephanus bei seiner Steinigung sagen, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Wow. Wow. They were throwing rocks and he said don't hold this against them. Wow. Sie warfen Steine auf ihn und er sagte, ja, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. What if Jesus had allowed anything in him? Wie wäre es gewesen, wenn Jesus etwas in sich zugelassen hätte? What if Paul would have allowed anything in him? It would have stopped his whole ministry. Was wäre geschehen, wenn Paulus etwas von den Dingen, die ihm getan wurden, in sich aufgenommen hätte? Sein ganzer Dienst wäre blockiert gewesen. Did you know when you read the book of Acts, there are people that went forward and they finished their call and there are people that didn't finish their call. Many times the reason it was they allowed Unforgiveness in their soul. We don't want to just get started. Hallelujah. But we want to finish. Wir wollen nicht alleine beginnen, sondern wir wollen den Lauf auch zu Ende bringen. You are born again and God left you in this world to run a race. And the devil would like to use all kinds of situations to clog your drain. Ja, und der Teufel will jegliche Möglichkeit gebrauchen, um dein Rohrsystem zu verstopfen. So übersetzt. So you can call Rohrreiniger. Ja, du kannst sagen Rohrreiniger. Pipecleaner. Oh, it's so much easier with God. Es ist viel einfacher mit Gott. Wenn wir es auf seine Weise tun. Ja, ich kann es nicht vergessen, als einmal unsere Toilette hier verstopft war. Ja, und der Pastor hatte seine Hand in der Toilettenschüssel. Ja, wir haben so eine Drahtbürste rein oder Dynamit oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ja, auch die Brigette hat dabei geholfen. Ministry of Helps Initiation. Ja, und Ja, das ist eine Ausbildung in den Hilfsdiensten. Das gehört dort auch dazu. Ja, deshalb haben wir auch sozusagen ein Schild, wo wir sagen, Ja, deshalb haben wir dort auch ein Schild angebracht, wo es steht, werft diese und jene Dinge nicht in die Toilette. Aber Gott hat einen einfachen Weg. Und jetzt kommt, was er tut. Was sagt das Wort über Unvergebung, wenn wir es haben? Wenn wir Unvergebung haben, so werden wir gequält. Möchte Gott, dass wir gequält werden? Nein. Nein. Er ist nicht wirklich fröhlich oder glücklich über die Qualen, die du erleistest, sondern er hat dich frei gemacht. Aber wenn du wählst, Unvergebung in deinem Herz, hat er keine Wahl. Ja, wenn du Unvergebung in deinem Herzen festhältst, dann kannst du nicht frei werden, denn es ist ein Gesetz, ein geistiges Gesetz. Du bist kein Roboter ohne einen Willen. Und mit deinem Willen empfängst du Dinge, setzt aber auch Dinge frei, lässt Dinge los. Und das ist nun was geschieht. Er sagt, ich helfe dir dabei. Wie hilft er uns? Er schenkt uns Offenbarung. Und was ist die Offenbarung, die er uns schenkt? Du weißt und erkennst, wie groß meine Liebe ist für dich. Meine Liebe ist so groß, dass du diese Schuld du nicht bezahlen können. Ich sende meinen eigenen Sohn um sie zu abzutragen. Und wenn du die Offenbarung darüber bekommst, was mein Sohn erwirkt hat, dieser Mann, als ihm jemand etwas angetan hat, dieser Mann, also der zweite Knecht sozusagen, das ist eine Schuld in der Höhe von 70 Dollar, diese 100 Jahre. 500 Millionen! Wow! 500 Millionen! 500 Millionen! 70 Dollar! Ja, leg mal diese 70 Dollar in diese 500 Millionen hinein. Es ist nichts. Wisst ihr, was Gott sagt? Ja, komm aus der Schlammgrube heraus. Es ist eine Welt draußen, wo es viele Menschen gibt, die viele schlimme Dinge tun. Aber erkenne die Quelle davon. ja, der Teufel hat alles getan, um sozusagen dein System zu verstopfen, um dein Leben zu zerstören. Und es ist eine Art von Liebe vorhanden, im Wert von 500 Millionen Dollar, um diese Dinge herauszuschlagen. Setz mal all diese Dinge im Vergleich zueinander und dann siehst du, wie groß die Vergebung ist, die du empfangen hast. Es ist es nicht wert, dass du dein Leben in Qualen erlebst. komm mal Gemeinde, es ist es nicht wert. Es ist nicht wert. Es ist nicht wert. Du hast immer Gelegenheiten, Unvergebung anzuhäufen oder beleidigt zu sein oder was auch immer, aber lass es alles los. sag zu deinem Nachbarn, lass es gehen, baby. Lass es gehen, lass es los, baby. Lass es los, Lass es los, lass es gehen. und ich sage dir, es gibt Menschen, die Dinge tun, die natürlich nicht richtig sind, aber so ist das Leben, lass es los. Willkommen auf dem Planeten Erden, auf dem der Teufel in der Welt regiert. Ja, du hast ein größeres Gesetz in dir, das ist das Königreichsgesetz der Liebe, das dich befähigt, Dinge frei zu setzen. Ja, du hast sozusagen diese 500 Millionen und die Welt hat diese 70 Dollar an Liebe. Ja, Ehen und und Familien zerbrechen aufgrund dieser 70 Dollar. Ja, Gemeinden werden gespalten aufgrund von 70 Dollar oder Ehen werden geschieden oder getrennt, Freundschaften aufgrund von diesen 70 Dollar Schuld. Wo wir diese 500 Millionen Dollar Liebe haben, Halleluja. Ja, Gemeinde sollt ihr an der Decke hängen. Ja. Wir haben die Liebe. Wir sind nicht Menschen, die einen Glauben haben, des Hasses, sondern einen Glauben oder eine Religion der Liebe. Halleluja. Halleluja. In den Korintherbriefen hatten sie einen Mann, der ein Problem hatte. Und er, der hat etwas Schlimmes gemacht. Er war bereits dabei, aus der Gemeinde hinausgeschmissen zu werden. Manchmal musst du einen starken Stand einnehmen in einer Gemeinde. Ja, denn wir erlauben es dem Teufel nicht, ihn an die Gemeinde einzudringen und sie zu zerstören. Amen. Wir wollen das schützen, was Gott uns anvertraut. Wir glauben daran. Wir glauben, dass es wichtig ist. Es gibt einen Platz für Korrektur. Wenn du keine Korrektur annimmst, wirst du niemals wachsen. Wisst ihr das? Wir alle sind Teil von Korrektur. Erinnere dich, mach dir bewusst. Amen. Aber Paul, dieser Mann, er erinnerte aber. Aber dieser Mann in der Gemeinde Korinth ist umgekehrt. Und dann gab es auch Menschen in der Gemeinde, denen er nicht vergab. Und dann hat er Leute, die ihm nicht vergeben haben. Also diesen Mann, der diese Sache gemacht hat in Korinth. Und dann hat Paulus nochmal geschrieben. Leute tun dumme Dinge. Hallo. Vielleicht bist du dabei, dumme Dinge zu tun. in der Gemeinde tun. Wir sind alle im Wachstum begriffen. Ist das richtig, Margie? Wir sind wir sind dabei zu wachsen. Und seht ihr, und dort kommt die Liebe hinein. Wir arbeiten zusammen. Und manchmal werden die Leute auch sauer. wir lassen Gott auch den Raum zu wirken. Und Gott schenkt Gelegenheit nach Gelegenheit nach Gelegenheit. Aber es gibt auch Zeiten, wo Leute nicht zur Umkehr finden. Und dann machen sie dieses ganze Wasser stinkig. Der Teufel versucht Dinge hineinzubringen, um die Rohre zu verstopfen. Denn wo Liebe und Einheit ist, da ist auch Kraft. Halleluja. Halleluja. Und Paul hat gesagt, Sie vergeben diesen Mann, er hat vergeben. Und er hat gesagt, Sie vergeben, denn wir sind nicht ignoriert von Satans Beispiele. Ja, und Paulus hat diese Brüder, Geschwister aufgefordert, diesen Mann zu vergeben. Denn er hat gesagt, wir sind uns darüber bewusst über die Strategien und die Pläne des Teufels. Exactly. Exactly the right translation. That's what he does. That's the way he works. Ja, und das ist das, wie es wirkt. Versteht ihr das? Er möchte, das Leben aus euch heraussaugen. Er möchte dein inneres Rohrsystem verstopfen und möchte dich aus deiner Stellung wegbringen. Er möchte, dass du vollgepackt bist mit Depressionen. Er möchte, dass du Tage verbringst voller Selbstmitleid. schiefst aus. Denn jemand hat so eine 70 Dollar Schuld gegen dich angehäuft. oder vielleicht haben sie auch gar nichts gemacht oder du hast es falsch verstanden. Es gab ein Missverständnis. so viele times people assume things that are not so. Ja, manchmal nehmen Menschen Dinge an, die in Wahrheit nicht wirklich so sind. Aber weil sie Unvergibung in ihrem Herzen der devil kommt und fährt und fährt und fährt. Lasst den Suckern gehen. Ja, und diese Leute, die haben falsche Annahmen, aufgrund dieser falschen Annahme, zusammen mit ihrer Unvergebung in ihren Herzen, wird ihnen das Leben ausgesaugt und lasst diesen Aussauger weggehen, schmeißt ihn hinaus. Erkennt, wo die Quelle ist, wo die Ursache ist. geht hin und versöhnt euch in den Beziehungen. Erlaube es dem Teufel nicht, erlaube es dem Teufel nicht, Dinge zu zerbrechen, die Gott etabliert hat und gegründet hat. Wisst ihr, der Teufel hat euren Geist verloren, nun wirkt er auf der Ebene eurer Seele. Aber wisst ihr was? Dies wirkt besser. Dies wirkt besser. Dies ist wie ein Messer, es schneidet, es schneidet, es schneidet, es schneidet, so dass du frei leben kannst. Ich möchte zum Ende kommen mit 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 Geschichte. Es gab ein afrikanisches Dorf. Ich erzähle gern africanische Geschichten, denn wir sind viele in Afrika unterwegs. Wir werden, wenn es Zeit ist, wieder nach Mombasa zurückkehren. Brother Joe, you want to go to Mombasa? Brother James, willst du mit nach Mombasa? Ja, ich nehme dich und Fabian mit, so habe ich zwei Leibwächter. Nigel. 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 Ja. Ja. Nigel, der war in Afrika und er hat eine afrikanische Frau mit in die Gemeinde gebracht. Also, es ist eine Frau, die geschnitzt ist aus Holz. Max Boss. Ja, I'm doing a joke. There's a funny video we have of Nigel. This guy is really funny. Ja, ich sag euch was, wir haben ein Video gemacht von ihm. Er ist wirklich ein lustiger Kerl. Ja, und die Frau, die ist auch aus Afrika hier nach Deutschland zurückgekehrt und das ganz ohne Pass. Ja, und das letzte Bild, das ich von ihr habe, war, sie lag flach auf dieser Rampe, wo das Flugzeug mit beladen wird. Wir haben zum Fenster rausgeschaut und haben gesagt, schau mal, hier fährt sie, hier läuft sie. Ja, sie hat es überstanden. Aber in Afrika gab es ein Dorf und die Leute im Dorf, sie starben. Und sie haben nicht herausfinden können, warum die Leute sterben. Sie haben sich umgeschaut und geschaut und geschaut. Und dann haben sie erkannt, dass die Plage von dem Wassersystem kam. Ja, und sie gingen die ganze Rohrleitung entlang, bis hinunter an den Fluss, um herauszufinden, wo die Keime und die Bakterien herkamen. Und sie gingen all den Wasserweg zurück, bis hin an die Quelle. Wisst ihr, was sie dort gefunden haben? Ein totes Schwein. Das totes Schwein lag direkt am Ausgang dieser Quelle. Ja, und man sollte sich eigentlich vorstellen, man hat diesen Fluss, wo dieses wunderbare Wasser fließt. Ja, und du hast eine Seele, aus der Gottes Wasser hindurchfließen soll. Ihr seid wunderschöne Menschen. Ihr seid wunderschöne Menschen. Sag zu deinem Nachbarn, ihr seid wunderschön. Ihr seid wunderschön. Wunderschön. Danke. Ihr seid wunderschön. Ihr seid wunderschön. Ihr seid wunderschön. Ihr wurdet erschaffen, um diese Schönheit auszustrahlen. Danke für Fabian, dass er einen guten Tag hat, dass er geschützt ist. Ja, und dass er deine Liebe ausstrahlt und deinen Schutz über ihn. In Jesu Namen. Ja, wir sehen dich, Fabian. Ja, wir sehen dich. Ciao. You guys pray for Fabian. He's in an area where there's a lot of drugs and alcohol and all that kind of stuff. Ja, und betet bitte für Fabian, denn er hält sich in einem Bereich auf, wo viel mit Alkohol und Drogen und anderen Dingen auch zu tun ist. Ja, wisst ihr, das ist ein guter Ort, wo ein Christ sich aufhalten sollte. Ja, um das Licht hineinzubringen. Amen. Ja, sag den Leuten, er ist ein Polizist. Ja, okay, wir wollen das richtig stellen. Ja, wir wollen das richtig stellen. Aber es ist hin an den Ausgang dieser Quelle hingegangen. Er will diese 70 Dollar Schuld in deiner Seele festmachen. Es ist nicht wert. Du hast diese 500 Millionen Dollar Liebe wert in deiner Seele. In deinem Geist, richtig, ja. Danke. Halleluja. 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 Ich möchte, dass wir beten. Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag. Wir danken dir, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Und Herr, wir setzen es frei. Wir lassen es los. Heute geht es um das Heilen der Seele. Healing of the soul. Die Heilung der Seele. Lass es gehen. Wenn du 70 Dollar Schuld in deiner Seele hast, lass sie gehen. Du möchtest, dass das Wasser frei fließt. Du willst, dass es frei fließt. Lass es gehen. Alles, was dich zurückhält, lass es gehen. Alles, was dich zurückhält, lass es gehen. Aller Schmerz, lass ihn gehen. Ja, und triff heute eine Entscheidung, einen Entschluss. All diese Dinge, all dieses Unvergeben, all diese Schuld, all diese Schmerzen oder was auch immer. Lass es los. Triff eine Entscheidung. Lass es gehen. Erkenne das Wirken und die Strategien des Teufels in deinem Leben. Und lass es los. Danke, Vater. Ich möchte euch alle bitten, dass ihr eure Augen für einen Augenblick verschließt. Ich möchte euch eine Frage stellen. Hast du Gottes Vergebung schon empfangen? Es ist eine Gabe. Ein Geschenk. Er hat das Werk vollbracht, sodass die Schuld, die du vor Gott bestehen hast, hinweggenommen wird. Und es gibt nichts Gutes, sodass dein gutes Wirken trägt die Schuld vor Gott nicht ab. Und deshalb kam Jesus. Sodass du frei werden kannst. Sodass du ihn als einen liebenden Gott kennenlernen kannst. Sodass du Teil seiner Familie werden kannst. Ein Sohn, eine Tochter. Sodass du ein vollkommen neues Leben haben kannst. Allein Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Einzige, der auf die Erde kam und ein vollkommenes Leben gelebt hat. Und das hat ihn dazu qualifiziert, um den Preis für uns zu bezahlen. Es gibt viele Religionsführer in jeglicher Art, aber keinen, der ein vollkommenes Leben wie Jesus gelebt hat. Niemand hat sich dafür qualifiziert, Sünde hinwegzunehmen. Und Gott kam selbst herab in der Form eines Menschen. Und Jesus starb an einem schrecklichen Tod. Ja, das ist das, was all diese Last der Schuld, die auf ihn gelegt hatte. Das war der Fluch. Und alles, was wir tun müssen, ist glauben, dass er es getan hat. Für uns. Er hat es für uns getan. Gott hat dir 500 Millionen oder was auch was. Er hat dir unbezahlbarer Schuld vergeben. Ja, Gott hat dir Schuld in der Höhe von 500 Millionen vergeben. Eine unbezahlbare, rückzahlbare Schuld. Nicht rückzahlbare Schuld, ja. So, ich frage dich heute diese, stelle dir heute diese Frage. Möchtest du ein neues Leben? Kennst du Gott auf persönliche Art und Weise? Möchtest du frei werden von der Sünde in dir drin? Von der Sünde in dir drin? Möchtest du dir gewiss sein, dass der Himmel deine Zukunft ist? Jesus Christ ist deine Antwort. Er hat deine Schuld bezahlt. So, wenn du heute hier bist, und du niemals eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, sprech hier nicht über Religion. Ich spreche über das Übernatürlichste, was jemals in deinem Leben geschehen kann. Die Bibel sagt, du bist von Neuem geboren. Das bedeutet, dass diese alte Sündennatur aus dir weggenommen worden ist, die dich von Gott getrennt hat, und du eine vollkommen neue Natur bekommen hast. Du wirst wirklich zu einer neuen Schöpfung, neuen Person. So voll von Liebe. Alles, wonach du ausschaut, findest du in Jesus. Ja, schließt eure Augen für den Augenblick und ja, wir wollen jetzt beten, für den Augenblick. Ja, hebt eure Hände und sagt, ich will diese neue Art von Leben. Ja, und wenn du es noch niemals in deinem Leben vorher getan hast, und du es heute tun möchtest, so, ja, bete einfach. Heb deine Hand und bete mit uns. Ja, ist hier jemand, der Jesus noch nicht empfangen hat heute? Halleluja. Ja, ich möchte dieses Gebet sprechen, denn wir haben auch noch Leute mit uns zusammen am Internet. Ja, sie können nicht hier vor Ort sein, um ihre Hände zu erheben. Aber ich möchte, dass wir zusammen beten. Ja, es ist wichtig, was die Bibel schreibt, denn sie sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Bekennen, und auch glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, dann werden wir errettet. Ja, wir verlassen diesen Ort um 10.000 Tonnen Last erleichtert. Gott, Gott, ich komme zu dir heute. Ja, und lasst uns zusammen beten, auch wenn ihr das schon gebetet habt, so als, weil wir auch Leute haben, die es noch nicht gebetet haben. Gott, ich komme zu dir heute. Gott, ich komme zu dir heute. Gott, ich komme zu dir heute. Ich glaube an deinen Sohn Jesus. Ich glaube an deinen Sohn Jesus. Jesus, du gingst ans Gläub, und du starbst für mich. Jesus, du gingst ans Gräub und du starbst für mich. Für meine Schuld. Du wurdest Sünde mit meiner Sünde. So dass mir Vergebung zuteil wird. So dass mir Vergebung zuteil wird. So dass ich von der Sündnatur frei werden kann, die mich von Gott trennt. So dass ich von der Sündnatur frei werden kann, die mich von Gott trennt. Jesus, du gingst in die Hölle für mich. Jesus, du gingst in die Hölle für mich. Und ich glaube das. Und ich glaube das. Und Jesus, du standst von den Toten auf. Und Jesus, du standst von den Toten auf. Und ich glaube das. Und ich empfange dein Leben jetzt. Und ich empfange dein Leben jetzt. Ich möchte ein weiteres Gebet sprechen. Wenn du Unvergebung in deinem Herzen hast heute, dann lassen wir es gehen. Vater, ich habe dein Wort heute gehört. Vater, ich habe dein Wort heute gehört. Und ich lasse jede Unvergebung los. Und ich lasse jede Unvergebung los. Lord, those that have wronged me. Ha, die mir wehgetan haben. Ha, die mir wehgetan haben. Maybe I've had a misunderstanding. Vielleicht hatte ich ein Missverständnis. Vielleicht hatte ich ein Missverständnis. Es sind Schmerzen in meiner Seele. Es sind Schmerzen in meiner Seele. Es sind Schmerzen in meiner Seele. Es sind Bereiche, die der Teufel immer wieder hervorbringen will. Ich erkenne, dass es nicht du warst, Gott. Aber ich erkenne, dass der Teufel meine Leidungssysteme verstopft. Und ich habe erkannt, dass der Teufel meine Leidungssysteme verstopft. oder mein Wasserrohr. Und das Licht des Wortes ist darauf geschienen heute. Und das Licht des Wortes ist darauf geschienen heute. Und ich lasse es gehen. Und ich lasse es gehen. Ich vergebe. Ich vergebe. Und ich denke nicht mehr darüber nach. Und ich denke nicht mehr darüber nach. Und jedes Mal, wenn die Gedanken wieder aufsteigen, sage ich Nein. Und jedes Mal, wenn diese Gedanken wieder aufsteigen, sage ich Nein. Sie existieren nicht mehr. Sie existieren nicht mehr. Ich bin frei. Herr, schenke mir Weisheit. Herr, schenke mir Weisheit. Wenn ich zu jemandem sprechen soll, wenn ich zu jemandem spreche, gib mir Weisheit. Gib mir Weisheit, um Frieden und Einheit zu bringen. Ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse. Wow. Wow. Jesus' Name. In Jesu Namen. Braucht jemand Heilung heute an seinem Leib? Wenn du Heilung brauchst, dann steh auf. Brauchst du Heilung? Brauchst du Heilung? Braucht noch jemand Heilung? Halleluja. Wofür brauchst du Heilung? Your eyes? Your throat? Okay. Bist du bereit für ein Wunder?